Nicht so schnell! Kommen wir mal in den Dörfer ein. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Dann nochmal der Schweine. Das ist besser als Tessia. Weil die Erdöse ich hab. Hierbei schwierig, dass die Menschen wegschwächt werden. Sie setzen Reef-Attack ein. Das ist besser als Tessia. Das ist besser als Tessia. Das ist besser als Tessia. Das ist besser als Tessia, denn da geht es nicht. Sie sind auf das dritte Land geflohen. Sie sind auf Tessia geflohen. Sie sehen, dass du kein weiblicher Autos vermeiden. Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Drecksack. Jetzt ist er im Arsch. Jetzt habe ich ihn in den Drecksack. Blöder Arsch. Du machst nichts mehr. Oh, oh. Nicht gut. Scheiße. Mädel. Scheiße. Ja. 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 Wow.. ding dong Das hat für Wuring zum Kuchensohn Hohohohohohohoh Kuchensohn Die ist gut drauf Diese Verdell ist in Position Die Wucher verwenden die Namen zu ihrer Spezies vor Ich heil sie auf Dafür ist es zu spät Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern für zukünftige Spezies. Vielleicht haben Sie Erfolg. Sie haben nicht versagt. Sie haben uns eine Chance gegeben. Und noch sind wir nicht am Ende. Die ist cool, Traumensmädel. Das ist ein cooles Mädel. Boah, da ist es. Da steht sie. Hängt sie. Schön. Boah. Cool. Du bist schlecht. Haben Sie das von der Sitzel gehört? Keine Eben. Wissen wir, was los geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für die Teele? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber... Unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen so viel wie möglich darüber auszufinden. Verstanden. Na ja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie abschäppert. Alles in Hände. Oho. Oho. Na ja, dann wird es jetzt wahrscheinlich gleich Rambazamba geben. Ja. Ja.